Adlershof ist einfach super deshalb, weil wir die Kombination haben aus Uni, kleinen Unternehmen, wir haben sowas wie die BAM hier und andere Forschungseinrichtungen, das heißt wir treffen immer andere Forscher und können uns austauschen und wir treffen viele junge Leute mit neuen Ideen, die dann später zum Beispiel auch ausgründen und ähnliche Dinge machen und das macht einfach unglaublich viel Spaß, mit den Kollegen und Kolleginnen in Aktion zu treten. Der Technologiepark Adlershof ist mir natürlich ins Herz gewachsen, ich bin da seit 2005 mit dem Beginn meines Chemiestudiums und das Schöne hier ist natürlich, dass es sehr viele Unternehmen gibt, dass die Universität auch hier ist. Ich finde Technologiepark Adlershof wirklich toll. Erstmals ganz praktisch, als Start-up-Unternehmen brauchen wir Unterstützung. Diese Unterstützung, wie kann man tatsächlich hier in Adlershof leicht bekommen? Unsere Firma nutzt Labore von wissenschaftlichen Instituten. Man trifft sich einfach für ein Mittagessen mit Kollegen, die viel Erfahrung haben im Bereich Optik oder Spektroskopie in unserem Fall. Das kreiert alles so eine tolle wissenschaftliche Atmosphäre. Was ich an Adlershof besonders inspirierend finde, ist, wie innovativ hier alle sind. Alle sind offen dafür, Neues zu lernen, neuartige Lösungen für Probleme zu finden. Für mich ist das perfekt, denn es erleichtert mir die Arbeit Kooperationspartner und interessante Projekte zu finden.